und damit herzlich willkommen zu let's play stronghold warlords mit dem fahrt des peinigers auf einem hohen ross ja die mission sieht sehr unangenehm aus wenn ich ehrlich bin es gibt okay ich habe einen wolf auf meiner seite aber ich glaube da braucht er unglaublich viel um aktiv werden zu können die frage ist also wenn wir dich tatsächlich so machen dass ich die beiden lasse und gucke dass ich liebe obwohl ihn kann ich am ehesten loswerden schnell aber juri top ich weiß nicht ob sie jetzt mittlerweile diesen blöden back losgeworden sind dass juri tomos ninjas manchmal einfach unsichtbar bleiben das ist so ein so ein der macht das ganze spiel kaputt wenn du den einmal hast hast du die mission verloren weil du kannst sie nicht aufhalten einfach nicht die sind unsichtbar und schlachten alles super schnell ab dadurch weil sie halt ja der vergnügungsjäger klingt als wäre so ein der geistreiche der adlige der adler vergnügungsjäger klingt für mich irgendwie nach schützenjäger naja vielleicht auch ein sammelfetisch ist eins von beiden aber die werden unglaublich schnell angreifen glaube ich fu hau hat den aber da wird nicht lange ich wäre gern mit ihr irgendwo unten lieber also ist schon eine scheiß position tatsächlich platziert euer vorratslager hoheit platziert euren korn speicher exzellenz nicht genügend arbeiter zur verfügung um dieses gebäude zu betreiben ihre information die bahnbolt hier beide zwischen muttern die bahnbürste zu betreiben hier das ist das ist das ist das ist der das ist das ist das ist das ist der Du kannst wahrscheinlich noch nichts machen, oder? Ja, natürlich nicht. Aber die Angriffe von dir sind super stark. Ich bin super stark. Eine Nachricht von Yoritomo. Bei einem stillen Mann hört man am besten zu. Wenn du das sagst. Vor Hau wird nicht lange aus... Oh, da greift schon an. Eine Nachricht von Kublai Khan. Du forderst den Herrscher der ganzen bekannten Welt heraus. Bist du ein Narr? Ich glaube schon. Ich glaube, ihn muss ich wirklich als erstes hier loswerden nach Möglichkeit. Wenn ich da ein paar Angriffe rauskriege, dann wird es interessant. Eine Nachricht von Hideyoshi. Gut gemacht. Übt weiter Druck aus. Der Feind wird bald fallen. Naja. Nicht genügend Gold. Das ist nur ein Ärger, das wäre nicht gerade. Der Feind nähert sich. Ich werde angegriffen. Ich darf ja gucken, dass wir Yoritomo unter Druck setzen zuerst. Los. Meine Armee marschiert. Moment. Ist das schon abgewehrt? Das überrascht mich jetzt schon ein bisschen. Der kommt halt primär mit schlechten Truppen. Der kommt prima mit Reitern. Ich bin bereit. Das ist, das ist. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Ok. Eine Nachricht von Fu Hao. Ich benötige dringend Hilfe. Bitte. Eine Nachricht von Fu Hao. Verärgert mich nicht. Du willst mich verarschen? Du hast gerade noch rumgejammert wie ein kleines Mädchen. Krieger, denn ich bin stärker als ihr denkt. Gespeichertes Spiel überschreiben? Eine Nachricht von Genghis Khan. Okay, er wird beschäftigt. Er wird hier gut beschäftigt, denke ich mal, solange ich die Angriffe ungefähr aufrechterhalten kann. Halk? Ja. Halk? Ja. diese scheiß ninjas der feind nähert sich wo denn ausgezeichnet bereits aufzugeben ein bisschen da sind ja das macht die weg ok das war eine blöde idee auf jeden fall das lade ich mal kurz wobei ich angreife den kann ich wahrscheinlich relativ schnell mit berittenen platt machen wenn ich genug geld aufbringen kann aktuell hat er halt nur schwache truppen was mir zugutekommt aber trotzdem die ladezeit ist aber echt lang ich diene einem neuen herrn eine nachricht von jengis khan diese kriegsherren fallen vor unseren pferden auf die knie nicht genügend waren ein wasser büffel joch wird benötigt um gestein ins vorratslager zu befördern eure hoheit das noch nur solcher hat er ein paar armbrüschschütze die sollten das eigentlich hinkriegen der feind nähert sich ja bis auf das umwerfen kann der aber auch nicht viel ansonsten machen die ordentlich party nicht genügend arbeiter zur verfügung um dieses gebäude zu betreiben unser reisbestand nimmt zu hoheit er beschäftigt sie auf jeden fall ich glaube der nächste angriff geht auf jeden fall auf ihn hier diese scheiß pferde er wird man angegriffen wir werden angegriffen Was ist das? Äh, Reiter halten einfach nicht viel aus, was Pfeil angeht. Unser Bündnis und unsere Freundschaft, sie werden auf die Probe gestellt. Wir müssen das hier überleben. Wenn ihr euer Schwert nie zieht, dann wird es stumpf und trocken. Vielleicht verstehst du nun, dass es ein Fehler war, den Kaiser herauszufordern. Nö, eigentlich nicht. Ich weiß immer noch nicht warum. Okay, das kann ich jedenfalls gleich gebrauchen. Reis passt noch. Ressourcen verkaufe ich einfach mal so. Diesen habe ich keine Waffen. Die machen die ziemlich gut weg, das ist super. Sehr schön. Und jetzt holen wir uns den ersten nach Möglichkeit. Greif dich, äh, versucht dich schon jemand zu bekehren. Noch nicht, das ist gut. Ey, du sollst angreifen. Find doch einfach weiter, Mensch. Eine Nachricht von Hideyoshi. Ich gebe meiner Wut nur freien Lauf, wenn es mir nützt. Ja, Gengis Khan wird schlimm. Wenn ich den zu lange lasse, wird er übel. Richtig übel. Aber ich muss erstmal oben Platz schaffen, damit ich mich auf die anderen konzentrieren kann. Ah ja, ich dachte schon. Das Problem an ihm ist, der wirft halt dauernd Truppen um. Mit seinen scheiß Samu... äh, mit denen er... Das macht der aber auch. Der kann nicht angreifen. Sie macht hoffentlich Sachen, die gut sind. Die beiden kann er, glaube ich, ganz gut beschäftigen. Ich bin ein einfacher Mann. Ich will nur den Sieg. Ich bin auch ein recht einfacher Mann. Ich will nur deinen Tod aktuell. Es ist nicht schön, dass wir alles einfache Männer sind. Aber der Sieg kann echt teuer werden. Nicht genügend Arbeiter zur Verfügung, um dieses Gebäude zu betreiben. Ah, da ist was dran. Passt noch eine Zeit lang. Der Feind nährt sich. Ja, das solltest du aber hinkriegen. Ah, jetzt kommen jetzt Samurais. Eine laute Katze fängt keine Mäuse. Der Tote aber auch nicht. Ja, es ist sehr tiefsinnig von mir, nicht wahr? Meine Krieger sind so umfassend ausgebildet, dass du niemals mithalten wirst. Schön weiter Druck machen. Schieß mal in die Ninjas rein, die gehen wirklich auf den Käse. Boah, das tut schon weh, wenn ich das allein sehe. Eine Nachricht von Yoritomo. Meine scharfe Zunge kann die eigene Kehle durchtrennen. Das war Yoritomo mit dem Wort des Abends. Aber der Wort am Abend, je nachdem. Nicht genügend Arbeiter zur Verfügung, um dieses Gebäude zu betreiben. Ah, da kommt er. Eine Nachricht von Hideyoshi. Ausgezeichnet. Bereit aufzugeben. Gut. Meine Armee marschiert. Oh, mach das nicht kaputt, das war teuer. Fuck. Willst du bitte den da töten? Gengis Khan! Ha! Du kämpfst schlechter als die Vertagen! Ja, vielleicht wäre so ein Wassertrog jetzt doch nicht so verkehrt. Problem ist halt, je länger ich warte, umso schlimmer wird's. Was? Da los. Ich will Kung Fu lernen, wenn ich groß bin. Hallo, eure Hoheit. Ich will ein Folterknecht werden, wenn ich groß bin. Okay. Geben seine sexuellen Neigung. Ah, Frau Schützen, wie wär's mit Schießen? Nein, wir hacken noch ein bisschen im Nahkampf auf alles ein, glaub ich. Wenn die jetzt anfangen würden zu schießen, wär's halt gar nicht schlecht. Nein? Ah, vielleicht später. Ah, gut. Genau. Äh, die da sollten wir loswerden. Ah, die Ambroschützen machen einen guten Job. Solange sie bestehen zumindest. Lass doch einfach stehen und schießt. Ich glaub ich werde ihn dann erstmal ausbauen. Beziehungsweise fangen wir mal damit an, weil ich Angst hab, dass ich mir ihn wegnehmen werden soll, bald. Ich muss auf jeden Fall einen loswerden, sonst krieg ich hier richtig üble Probleme. Demnächst. Oh, ich könnte jetzt auch mit Tee anfangen. Oh, ich brauch das. Eine Nachricht von Fu Hao. Ich benötige dringend Hilfe. Bitte! Nö, du hast hier die größte dicke Lippe, also von daher. Na ja, wenn du's nicht ganz dumm anstellst, solltest du das eigentlich hinkriegen. Wie läuft's hier? Schön in die Masse rein. Kurz upgraden, das ist wichtig. Und nochmal. Ich mach ihn weg. Oh ja, eine Watcher, geht's sehr gut. Mach mal inzwischen speichern. Gespeichertes Spiel überschreiben. Mit ein bisschen Glück, schaffe ich bald den ersten rauszunehmen. Bis zum nächsten Mal. Ich muss einfach angreifen, wenn er angreift. Wir warten auf euch. Wenn ich nämlich die Nahkämpfer mit wegballer, dann wird es ganz interessant, weil er hat wenig Pfeilverteidigung. Bis auf die Samurai, die haben natürlich auch viel Verteidigung. Unser Bündnis und unsere Freundschaft, sie werden auf die Probe gestellt. Wir müssen das hier überleben. Ja, ich muss das überleben, du nicht so. Oh ja, perfekt. Ein bisschen Pfeilschutz. Der müsste für mich auch zählen. Fahr dort, sie weg. Beim nächsten Angriff könnte ich ihn überrennen, wenn es gut läuft. Reicht der Tunde. Was ist das, was wir tun? noch ein angriff er greift sie auch noch an das ist super schlecht gerettet krieg ich garantiert nicht wo ich bin drin also noch drei eine nachricht von hirschi meine armee ich habe nichts gegen dich außer dass du mir im weg stehst bereit zum ausreiten nach dem nächsten angriff sollte ich sollte ich es schaffen sie noch ein bisschen durch hält das spiel springt auch ständig raus dass ich die falter es nicht mehr verwenden kann es war auch normale geschwindigkeit blöd das nun t ja ja speicher doch blöden speicher vorgänge die ist sowas von tot gespeichertes spiel überschreiben ja es sind fremde diplomaten angekommen genau deswegen habe ich das schon vorher geholt wir werden angegriffen wie ihr es wünscht die müssen weg macht die bogenschützen weg auf dem pferd rücken willst du mich besuchen wir sind auf dich vorbereitet nicht wirklich bist du nicht eine nachricht von jori tomo schnell wie der wind still wieder bald mach ich dich kalt ich werde dir das feld ich muss nur kurz jori tomo das feld über die ohren ziehen ja eine nachricht von kublai kam erledigt den feind so schnell wie möglich und bringt mir die schätze seines palast wir wollen rein da nein 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 nicht rein da sehr gut macht beschäftigt man die sammerei da bitte auch sehr gut auch sehr gut eine nachricht von hideyoshi weht der wind stark genug beugt er selbst den bambus das werde ich auch ja er geht um den bambus bleib doch nicht ständig stehen ihr deppen aber so jetzt kann er nicht mehr viel machen weil jetzt schieße ich die leute ab die neu kommen wir müssen jetzt aber eigentlich hinkriegen er macht noch mal ein bisschen mehr platz dann kann ich nämlich hier ein stück weg gehen noch nicht aufgeben noch ist jetzt da sind jetzt feinde ok grün werde ich als nächstes angreifen ich brauche ein paar einheiten die ihn weg machen die pferde sind bereit wie er es wünscht jawoll ja jetzt macht ihn schon weg es kostet zeit die ich nicht habe und wo hau erst recht nicht der ist jetzt der ist am ende der ist am ende ist er was holt ihn ich habe schon fast maximale anzahl an truppen wir werden angegriffen wir werden auch schon teilweise probleme fällt mir gerade so auf wie er es wünscht fucking kanon ey yippie reiten wir um die wette auf dem pferderücken fühlt es sich gut an Hauptmann los geht's ha reitet weg zum ausreiten die da weg machen nach möglichkeit so weiter geht wird noch erschossen bevor es soweit ist gut ist dann kann ich mehr truppen haben sie ist grün losgeworden wenigstens erst mal ich brauche die truppen tatsächlich an anderer stelle ja speicher ruhig ja bleibt dies beieinander im tode verneige ich mich vor dir wie ihr wünscht wie bedarf ich jetzt haben mehr auf jeden fall wir warten auf euch naja das ist mir egal wir warten auf euren befehl dieses weg weg zugänglich hoheit ja und können einfach mehrfach tatschen wieder wir warten auf euch eine nachricht von yoritomo ja klar dann wird es stumpf und rostet der donner wird über die ebenen schallen die 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 Vielen Dank.